Moin Leute, mein Name ist Cedric und ja, ich spiele halt auch Eurotrack Simulator. Warum? Und ja, ich habe ein ziemlich altes Lenkrad, deswegen raspelt bei mir die Lenkung so. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Empfehlung gebt, was ich da nehmen könnte. Und wundert euch jetzt nicht, wenn es im Video so komisch vibriert. Das ist das Lenkrad. Und ja, ein LKW vollgetankt und weiter geht's. Ich fahre jetzt nach Hamburg, so wie es aussieht. Und ja, ich rufe jetzt nach Hamburg. Also habe ich jetzt noch mal wieder. Und wenn ihr das, wenn ihr da geht's, dann geht's mal wieder. Aber wir waren ja wirklich. Und ja, ich rufe jetzt. Ja, ich habe jetzt schon meinen eigenen LKW. Denkt jetzt nicht, dass der gemietet ist. Das ist mein eigener. Viele von euch kennen bestimmt auch den Herr Wert von GamerTV. Der baut zwar auch ziemlich viele Unfälle, aber ansonsten fährt er auch immer grandios. Der hat ja ein Lenkrad von Logitech. Deswegen will ich jetzt auch mal wissen, weil ihr so ein altes habt von Speedlink. Was ihr mit der empfehlen würdet. Von Lenkrädern. Die jetzt nicht so abgehackt lenken wie hier in dem Spiel, sondern flüssig. Kein Weg. Na komm da vorne. Das ist ja auch nicht gerade der Beste. Im Winter. Im Frühling. Wie im Winter. Gehe ich zur Schule gern. Und ja, ich bin jetzt hier auf dem Weg nach Bremen. Doch nicht nach Bremen. Und ja, mir 20 dann. Wie findet ihr eigentlich mein Fahrverhalten jetzt hier in dem Spiel? Könnt ihr mir dann auch in die Kommentare schreiben. Oder vorne sind wir ja schon. Bremen. Bremen. Ich habe den Vorgänger von dem Spiel auch schon gehabt. Und habe dann den Code nicht mehr gefunden. Und ja, da habe ich mal die Gold versöhnt. Hey, geht es nochmal ein bisschen leiser. so war jetzt nur eine kurze pause ich habe nur kurz auf pause immer so weiter und natürlich wer das ist das ist meine kleine nervige schwester deswegen noch neun kilometer dann haben wir es geschafft schaffst du es denn jetzt noch mal still zu sein laura hör auf zu schreien oder wie kommt schon bitte ja hier ist noch eine garage ich habe aber schon einen die werde ich jetzt auch ausbauen was nix hier eine kleine wille da stimme ich dir jetzt überein mama ach das kriegt man in den kriegt man ein warum machst du das weil es da gelacht wird das ist ja doch da sind sie jetzt gekommen fertig na gut den rest werde ich euch morgen zeigen von diesem part ja 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 ja